Cool, 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 die Charts, die bieten uns gleich mehrere interessante Levels, auf die wir mal gucken könnten, beziehungsweise Levels ist das eine, wir sehen es hier beim Nasdaq Future schon bei mir, der Märzkontrakt, klar, der Verfallstag ist diese Woche, dementsprechend das Volumen schon umgestellt, bei ungefähr 12.580. Da liegen drei Mark, man kann sie kaum voneinander unterscheiden, nämlich aus den Extensions, der kleinen und der großen Korrektur und dem großen Rücksetzer, was wir hier haben, ich male es euch nochmal schnell auf, dann habt ihr es doch einfacher. Also ich habe gemessen die gesamte Bewegung, die wir hier runter haben, da sehen wir die 78.6, ich habe gemessen Extension hier auf diesen Rücksetzer, da sehen wir, die brauchen wir nicht mehr, die 61.8 und ich habe nochmal die Extension gemessen, aber von diesem letzten Rücksetzer, ich mache es extra in Zeitlupe, beachtet auf die dünne Linie ganz unten, zack, die ist jetzt genau auf diesem Niveau, das ist die 127.20er Marke und die sprechen dafür, dass der Markt gute Chancen hat, an dieser Marke abzuprallen. Und tatsächlich sieht es so aus, als ob der Markt genau das aktuell vorhat. Wir haben aber in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass diese Levels nicht notwendigerweise den Markt drehen, aber ein echtes Indiz dafür sind, tut der Markt es oder tut er es entsprechend nicht. Der Nasdaq ist eigentlich der Aspirant, der die besten Chancen hat, nach dieser starken Abwärtsbewegung hier nochmal komplett nach unten wegzukippen. Das wäre zumindest mal eine gute Möglichkeit für den Markt, da endlich in diese Erholung da zu kommen. Allerdings wissen wir auch, dass, wenn man sich das nochmal so anguckt, das war eine sehr starke Bewegung, wackelig da runter, das war eine starke Bewegung, wackelig da runter, das war eine starke Bewegung, hier hinten sieht man sogar intern sowas wie diese Fünffälligkeit. Das sieht eigentlich alles noch nicht so wirklich danach aus, als ob das jetzt schon das Ende der bullischen Marktphase ist. Deshalb wird es umso wichtiger sein, darauf zu achten, ob der Markt jetzt in den nächsten Minuten das macht, in den nächsten Stunden, oder ob er dann, also das macht und dann vielleicht irgendwas Wackeliges uns hier nach oben wieder mal bringt oder ob er jetzt auch wieder nur, so ähnlich wie wir das hier vorne auch hatten beispielsweise oder hier im Großen hatten, ob er wackelig hier runterkommt, dann wäre das das nächste Kaufangebot eigentlich an den Markt. Spannende Marke also hier, jetzt da genau drauf gucken, lohnt sich auf jeden Fall. Da ist es beim amerikanischen Markt eigentlich ein ganz anderes Bild, beim amerikanischen Markt, das ist der Nasdaq natürlich auch, aber beim breiten amerikanischen Markt, beim S&P 500, ebenfalls der Märzkontrakt hier schon, denn wir haben hier eine klare Schubrichtung als letztes nach oben und auch wenn wir auf den Dow Jones Future gucken, klare Schubrichtung nach oben, man ist fast gewogen, das ein bisschen so aufzufassen und da seht ihr wieder diese fünffällige Struktur und jetzt die Frage, wird das nur sowas oder wird das sowas und anschließend beste Chancen hier nach oben da entsprechend zu triggern oder aber kriegt der Markt jetzt den Hals nicht voll und fällt dann doch wie ein Stein nach unten und dann haben wir nämlich so etwas wie eine erste Abwärtsbewegung und dann eine Korrektur, die hinten mit einem Fünffäller endet. Viele von euch kennen das, das ist ein Flat und anschließend die Fortsetzung nach unten. Das Doofe ist, wir wissen nicht, was von den beiden passiert. Das Schöne ist, wir können es relativ leicht erkennen, wenn wir hier auf die entsprechenden Strukturen gucken, nämlich sprich, wo sind die starken Bewegungen hin und wo sind die wackeligen hin. Tipp, guckt euch das Ganze mal auf kleineren Zeitebenen an. Wenn ihr das nicht immer nur alleine machen wollt, sondern auch gerne mal zusammen mit mir beispielsweise, dann kann ich euch empfehlen, guckt euch das mal an, ob ihr nicht einerseits den Trade des Tages abonnieren wollt, da stellen wir dann immer wieder Trading-Situationen vor, wenn wir da was finden, was klasse ist mit unseren ganz konkreten Handelsmarken oder aber ihr schaut euch das Born for Trading live an. Ja, das auch, das geht natürlich auch, aber das Born for Trading an und dann bekommt ihr zumindest mal immer wieder Updates auch innerhalb des Tages auf das Smartphone, wo ich dann eben entsprechend solche Situationen dann ankündige. Also der Hinweis hier ist auch unterhalb dieser Mail. Schaut euch das mal an, ob das für euch nicht was ist. So, jetzt kann man eigentlich nur sagen, genießt den Markt. Da macht er gerade wunderschöne Bilder dazu. Schaut euch das mal ein wenig genauer an. Wir werden das jetzt auf jeden Fall gleich mal tun und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir uns gleich mindestens an den Märkten nochmal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Schaut euch das mal. Schaut euch das mal.